Hallo zuvor, Lars. Ja, wir, äh... Ich mach mal falsch diesmal, weil ich weiß, was am Ende kommen wird und für den Nahkampf kann mir jetzt eigentlich egal sein. Wir sehen hier irgendein Stufe 38 Ding, keine Ahnung, Tageszelle, äh... was machen wir mal... ... 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 für sierra madre sie denken ich wäre hier der bösewicht ich lege unschuldigen menschen keine pumpen als bänder an und dann den passenden schalter dazu um ich hintergehe sie auch nicht ich bin immer ehrlich zu ihnen gewesen diese nummer die habe ich ein leben lang geplant sie und der alte touristen zeit für eine kleine show ich schnappe mir einen platz hinter der bühne und schaut so was passiert die sicherheit kümmert sich ab jetzt um alles und die halsbänder nein die halsbänder ich weiß jetzt was passiert ist klar meins ist aktiviert aber es fühlt sich anders an tanzt richtig ich kann sie umbringen und es nach draußen schaffen während die sicherheit sie durchbrät ich hätte eine reine weste und freie bahn zum sierra madre nachher und wieso glauben sie sie könnten verschwinden so wie ich das sehe wollen sie zum ausgang und nur ich weiß wo der schlüssel und wo der sicherste platz im theater ist hinter der bühne sie sie sind hier unten gefangen und werden weder mit den lautsprechern nach der sicherheit oder den türen fertig selbst wenn sie es versuchten sie meinen so lange nicht sagen ich nicht zum ausgang hier was was wollen sie jetzt wieder hierher zurückkommen sie sind das publikum ich meine nicht dass sie je hinter die bühne kommen könnten der geklaute schlüssel wird nicht funktionieren ach ja wir sehen uns wo zum teufel sind denn diese verdammten hologramme selbst wenn sie es hierher schaffen werden sie nicht lange leben glauben sie mir aha sehr schön für dich sollte das denn okay was soll ich tun für seine möglichkeit die wir kommen abzuschalten das ist wahrscheinlich nicht so schwer ach so so machen wir mal es hat auch nie gepiekt bei band hier ist nichts außer eine kasse ach so schmutziges wasser brauche ich ja gar nicht so so was haben wir denn da oben können wir da überhaupt durch also brauchen schlüsse für es ist super der ahammer vergiftet kann ich mittlerweile eigentlich erst den packs kaufen als diese anderen dinger da ja wer als umkleiderung noch kommt auch alles ein schlüssel hier was soll denn das was zum verdammter schrott sie haben das terminal sabotiert nicht wahr wollten nicht dass die sicherheit kommt was so was haben wir hier nix da ist doch was so eine arzt tasche eine polizipistole hey medics hey so man merkt ne level 1000 der begeisterung paar asche das ist unfassbar was soll ich denn tun das ist unfassbar das ist unfassbar ja ja vielleicht ist in den selbst irgendwas drin ja eigentlich habe ich keine bock den aufzubrechen meine kann man dafür verwenden geil so arzt die presser wand okay hören wir jetzt mal gleich an also partituren beginne beginne gern let's go für die ganze kieler ein einzigartiger wartungspass noch mehr ganz viele texte super aha so jetzt kann ich theoretisch wahrscheinlich bei mir rein ja so so wenn es nicht auf sich beruhen lassen manches lässt man lieber begraben aha was spielen sie den soleband auf dem holeband projekte des tamtiko so hm hm die gemeine song saw her yesterday hm 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 was genau ich bin sie dienst in meiner auf dem hollmann projekte wie komme ich da hoch nicht aber so ok ja so hier guemmau 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 ok und jetzt kümmere dich um den cool meine geduld ist erschöpft ja einfalls reich sind sie das gebe ich zu aber um mich aufzuhalten braucht es mehr als mit schlüsseln zu jonglieren und lautsprecher abzuballern nun ich muss sie nur noch umbringen und dann zum ausgang hetzen falls sie das versuchen fummeln sie nur an ihrem halsband rum bis es explodiert vielleicht sollten wir uns also mal unterhalten genauso wie wir uns damals unterhalten haben als sie zum ersten mal in diese stadt marschiert sind aha sie sind kein spieler also wette ich dass sie den schlüssel für den ausgang bei sich tragen das war nur gut geachten sind sie sicher wenn sie einen fehler machen dann hat das hier der madre uns beide erwischt nein nach ihrer reaktion bin ich sicher ok ok schauen sie ich gebe es ihnen versprochen kein grund böse zu werden wir können doch beide unseren nutzen draus ziehen ne nur ich schauen sie mal wenn ich ihnen den schlüssel gebe dann hält sie nichts davon ab mich umzubringen und abzuhauen und so wie ich das sehe habe ich gerade mein ass im ärmel verhaken also bleibt mir wohl nur noch dafür zu sorgen dass sie nicht einfach abhauen und um keinen preis der welt werde ich ihnen die worte sierra madre überlassen nicht nach all diesen jahren und diese seite so dumm ich habe mein ganzes leben darauf gewartet saß in der villa und schaute ihr beim zerfallen zu und sincler sierra madre übersteht alles einfach so dann tauchen sie auf und meinen dass sie und der alte mann mir alles wegnehmen können ich habe das alles geplant es in die wege geleitet nicht sie klar ich habe den schlüssel ich habe noch andere schlüssel um das casino aufzuschließen und sincler endlich zu ruinieren nach all den jahren nein jetzt reicht es mir schon sie und ihre pläne zu ruinieren töten sie mich und ich habe gewonnen denn sie kommen nie in die wort jackpot aha ach gut das sind 89 dinger dann kann man glauben dass es Männer so äh Dean Domino töten some's gotta kill some's gotta kill tschüss du wichser ja ja Dean ist gestorben Hälte Tür bevor das Heizband explodiert na los welche Tür ich habe keine ahnung welche Tür aber ich gehe einfach mal also so hier hin ein weiteres Bruchstück sehr gut nun habe ich beinahe alles aus den Musikarchiven beisammen haben wir hä die machen ja nur Schaden so so finde die Stimme und kümmere dich um sie sie muss irgendwo hier auf dieser Etage sein in diesem Geschoss wimmelt es vor Sender Signaturen Vorsicht vor den Hologramen wenn das der ist der ich denke dann hier ist Christine genesen in einem alten Welt Hotelzimmer erstklassig zwei Zimmer Türen sind zu alle Türen sind verriegelt die Sicherheit ist aktiv und auf der ganzen Etage tauchen Emitter Signale auf ich tue was ich von hier aus kann auf der Etage gibt es Hologramsicherheit nicht die neueste Technik Sichtfeldanvisierung primitiv bekannt nur jetzt nur jetzt von was Sinclair Oh Gott Sinclair bist du Sinclair Sinclair Aha Ich mag jetzt sind wir einfach egal so langsam ich habe null Bock auf das also auf das Spiel schon auf Fallout aber nicht auf diese DLC ist sie Finde die Stimme und kümmere dich um sie sie muss irgendwo hier auf dieser Etage und deswegen ja ist dann halt so entschied dich halt und ich hätte dir vertrauen sollen wenn das der ist der ich denke dann hier ist Christine genesen bin in einem alten Welt Hotelzimmer erstklassig zwei Zimmer Türen sind zu alle Türen sind verriegelt die Sicherheit ist aktiv und auf der ganzen Etage tauchen Emitter Signale auf ich tue was ich von hier aus kann auf der Etage gibt es Hologramsicherheit nicht die neueste Technik Sichtfeldanvisierung primitiv bekannt ja schön da ist der alter da ist der alter da ist der alter abschalten notfall was ich dachte das wäre jetzt auf ich bin gefangen ja ja mich auch ja ich habe keine ahnung wo lang aber giftig war ja schön für dich ja das gas ist doch an gehofft gas ist weg ich habe gar nichts verstanden ist christin da sie haben es geschafft gut sprechen tut weh ich fasse mich kurz falls meine stimme aufgibt aha sie klingen wie die frauen sierra materie sender ist das so in meinen ohren klingt es seltsam schwer zu beschreiben ganz zu schweigen davon dass das schlucken höllisch weh tut ich wurde wohl deshalb in diese suite verlegt es war ihre da liegt sie wurde auch von der sicherheit erwischt ist nur anders entkommen als ich jetzt wo sie ihre stimme war haben was wollten sie sagen ich bin schon eine ganze weile auf der jagd nach demjenigen der ihren pip boy übernommen hat elijah er darf das jahre madre nicht lebend verlassen was er getan hat was er hier getan hat ist kein vergleich zu seinen vergangenen taten er wird nur herauskommen wenn sie es in die wald schaffen er wird nicht zulassen dass sie allein dort runter gehen dann werde ich ihn töten wie lange jagen sie schon zu lang dachte mir ich könnte die sache zu ende bringen bevor es rund geht aber dann ist mir diese chance wieder durch die lappen gegangen das sind meine befehle ich habe mit angesehen was er getan hat und ich glaube an diese befehle okay er hat mir etwas genommen das mir wichtig war er setzte seinen status ein um uns auseinander zu bringen danach brauchte mein leben einen neuen sinn dann wurde er unzurechnungsfähig und zog eine spur des verbrechens quer durchs ödland als wir davon hörten erhielt ich den befehl ihn zu töten er hat mich vor den namen gesehen an einem weit entfernten ort dort hat er einen teil der technik gefunden die er jetzt einsetzt man nennt diesen ort die große lehre der name täuscht aber sofern man weiß wo man suchen muss wurde dort eingesperrt aber da war noch jemand anders der vorbeikam er wusste von elijah okay keine ahnung ein kurier trug eine alte welt flagge auf dem rücken er hat mich rausgeholt und mir gesagt wo elijah ist hat mir geholfen wieder auf die beine zu kommen und sich meine geschichte angehört er war verständnisvoll mit gefühl warum er meinte dass er wüsste was es bedeutet jemandem nachzuspüren der solche auswirkungen auf die eigene vergangenheit hatte er meinte alle menschen wären kuriere und wüssten nie welche nachricht sie gerade überbringen und dass er auch jemanden jagt einen kurier ich war mir nicht sicher ob ich ihnen trauen kann jetzt bin ich mir sicher sehen sie als ich aufgewacht bin wie auch immer das passiert ist da hatte ich diesen schlüssel bei mir ich glaube er gehörte ihr hatte noch keine chance ihn zu benutzen könnte für die kommode oder den safe sein konnte nicht viel ausprobieren bevor sie kam hier bitte die gala begann die schaltstation öffnete sich ich dachte das kreischen des autodox wäre schlimm aber die station war schlimmer ich kam raus und sah die lichtshow das reichte um mich zum casino zu locken und es schien so als ob die lichter und lautsprecher mir den weg zeigen würden wer sie auch kontrolliert wollte mich wohl als plan b vielleicht wurde ich wegen meiner neuen stimme dieser etage zugewiesen aber wer weiß das schon vielleicht wurde ich auch als gast erkannt ja vielleicht kommt er zur vernunft versuchen sie mal mit ihm zu diskutieren mal sehen was dann passiert er ist derart besessen von technik dass er wohl nicht mal mehr weiß warum ich war mir nicht sicher ob ich ihnen trauen kann ja funktioniert noch sind so was ich tun okay nachschüsten ist immer was gut